Oh, äh, ich speichere trotzdem nochmal. So, und solange wir dicht an ihm dranbleiben, kann uns wohl nichts passieren. Dann sollte er vielleicht mal nicht ganz super ultra mega schnell vorschwimmen. Ich mag Unterwasserwelten nicht. Aber, wie geil sie da gerade, wie geil ihr Kopf explodiert ist. Einfach vom Niesen. Also, Freunde, nicht so doll niesen. Ihr habt gerade gelernt, was passieren kann. Da kann man schon mal umkippen. Oder sich den Kopf kaputt machen. Habt ihr es gesehen? Die Seilen da, die wollten mich gerade. Und das hier sieht so aus, als ob die gleich zuschnappt. Deswegen lass ich es mal lieber. Oder? Ja, natürlich. Musste ich aber herausfinden. Auch wenn ich es eigentlich wusste. Blasen? Blasen! Aua! Oh Mann! Ja, Unterwasserwelten sind schön. Und wir schwimmen. Und schwimmen. Und schwimmen die ganze Zeit. Doch, wohin schwimmen wir denn nur. Das weiß keiner so gescheit. Und ich kann nicht singen. Hab ich das schon mal erwähnt? Furchtbar, ne? Ja! Pam, pam, pam. Wo ist er? Da. Sag mal, wo schwimmt der Karl-Heinz denn lang hier? Alter Vater! Hey, halt, hier bleib'n! So. So gefällt es mir very much besser. Na, jetzt hier. Ich hab'n bisschen Angst. Wisst ihr was? Nochmal kurz speichern. Jetzt haben wir hier gerade so ein gutes Stück geschwommen. Und... Das wollen wir mal schön bei uns behalten. Das gute Stückchen. Wow! Herrgott! Ich hab' gerade nicht hingeguckt. Und dieses unfassbar laute Geräusch gehört. Und mich dabei fürchterlich erschrocken. Alter Vater! Mach' das nie wieder! Sag' ich dir nur. Mit Maschinen gewerbt. Maschinen gewerbt. Das zeigt nur so viel Mana. Unfassbar. Boah, dieser Fisch. Ich hasse ihn. So, das scheint, äh, hoffentlich trockene Landung. Ja, das klingt so, als ob wir die Unterwasserwelt geschafft hätten. Wuii. Werden wir rauskatapultiert, aus dem Wasser. Führe zu Ende, was du begonnen hast. Du bist nur zu Besuch. Wir müssen hier leben. Ich bin hier auch nicht im Urlaub. Und ich bin nicht undankbar. Du bist ein ehrenwertes Reptil. Ich Glückspilz. Unter Wasser darfst du ihren Wert erkennen. Okay. Wir haben jetzt einen Panzer von ihm geschenkt bekommen. Das heißt, sehr, sehr wahrscheinlich, dass, äh, wir gerade gespeichert haben. Dass wir jetzt unter Wasser atmen können, wenn es gar nicht mal so verkehrt wäre. Brauche ich das eigentlich nicht, ne? Wurde ich gar nicht. Ja, jetzt schleide mal ein paar Karten her. Ich frage mich, was weniger Mana verbraucht. Entweder das Karten schmeißen oder, äh, also das Maschinengewehr schmeißen, nennen wir es mal so. Oder das einmal heftige Attacke machen schmeißen. Oh, alles klar. Da unten. Plupp, plupp. Ich vermute, da rüber. Aber, lieber zu viel oder zu wenig. Oh, nein, nicht beendet. Was? Was ist das denn für viel? Alter. Ich werde von allen tausend Seiten beschossen. Was? Jetzt reicht's aber hier. Mäm, 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 mäm. Dort. Äh. Ja. Das klappt so einigermaßen. Kann sie da nicht hochklettern? Scheinbar nicht. So. Ob ich das schaffe? Bin ich mir gänzlich unsicher. Äh? Äh, ja? Ja, tatsächlich. Mensch, Mensch. Äh, Pilze. Hm, Pilze. Alles klar. Rechts wie ich. Ja. Pack Nummer. Pam, 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 pam. Bis Karten. Jeder mag Karten. So. Selbstmessor in der Hand. Alter, wie viele kommen denn davon hier überall? Mäh. Nervbolzen. Besser. Ich ahne, was ich tun muss, deswegen. Okay. Check. Muss bestimmt von hier aus. Da drauf. Der katapultiert mich da hoch. Vielleicht. 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 Vielleicht auch nicht. Yay. Okay. Hat er recht. Hey, das Kandilchen. Juhu. Party. 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 Alter. Verschwinder. Bleh. Du hast ja aber Zeit gelassen. Nö, ja. Was ist denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Grüble nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Nicht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib dicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich und die Zeit ist knapp. Dicht hinter ihm bleiben, das ist ja wieder famus. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss eigentlich, so richtig. Ja. Ups. Ich hab das Fieder gerade ein bisschen... ...ein bisschen aus der Bahn geworfen, quasi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Na, happy birthday. Ja, dann nochmal, ne? Ja. Ja, natürlich ist das auch noch so'n Schieß-Karl-Heinz. Oh, das hat aber reingehauen. Warum rutscht die eigentlich an der Liane so lustig vorbei? Sehr komisch. Und ich hör doch schon wieder diese Scheiß-Viecher, ey. Gott, seid ihr nervig, ihr Kack-Viecher. Könnt ihr aber wissen... ...das Messer werfen, das ist auch so'n... ...ne Sache für sich. Was sind's eigentlich für geile Steine, die immer hier durch die Gegend krabbeln? Gibt mir Mana... ...irgendwie hat man in der Ersten Welt deutlich mehr Herzen bekommen. Quat. Hier. Früß'n Messer. Messer, komm wieder, bitte. So, das ist ja immer noch weg. Pam. Penner. Pam, Penner. Skill-Wurf gekämpft. Ja, aber wirklich deutlich mehr Herzen. Also, da kann man schon fast meckern. Wie ich alleine schon sieben Seiten an Speicher-Slots verbraucht habe. Hey, Karnickel, hierbleiben. Oh, der stützt aber fix ab. Darf man da runter, darf man da nicht runter? Keine Ahnung. Naja, dann. Weil auf der anderen Seite ging's ja auch noch weiter. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig. Wann nimm ich auch eben solche Sprungpilze? Seltsam, wo muss man denn jetzt hier? Boing. Boing, Flipp. Na, das war ja gar nicht mal so verkehrt, oder? Also, vorausgesetzter Weg war richtig. Dann war das vielleicht nicht so verkehrt. Vielleicht kriegen wir eine tolle neue Waffe. Irgendwie was, was alles eliminiert. Ist das ein Seil, wo sie dran hochklettern kann? Nein. Okay. Und wie soll ich denn jetzt wieder da hoch und so? Also, das ist dementsprechend nicht möglich, glaube ich. Kurzum, das war wohl doch falsch. Ich komm langsam voran. Das sieht, äh, gar nicht mal so verkehrt aus. Seht ihr? Hehehe. Hm. Als ob ich's gewusst hätte. Ist die Frage, wie komm ich jetzt da hoch? Ist das so reit? Ich weiß nicht. Hm. Der da bringt mich doch niemals da hoch, oder? Niemals. Sag ich euch. Tja, nu. Also, dann. Oh. Hm. Vielleicht muss ich dann doch noch nicht hin. Ich bin mir nicht so sicher. Oh. Jetzt hab ich, äh, das natürlich hier auch wieder geladen. Da hin und da führt aber nix lang. Also kann das eigentlich nicht stimmen. Also müsste ich doch nochmal hier... Laden wir das da mal. Ja. Hä? Moment. Laden wir. Das da mal. Da läuft das Kanicker lang. Also geh ich jetzt mal hier rum. Mal gucken, ob das besser ist. Nee, kann man nicht lang, oder? Hey, das war richtig, wo ich da gerade lang wollte, glaub ich. Strange. Ja, dann. Moment. Das find ich gerade sehr seltsam. Also. Seile, Seile, Seile zum Rüberkommen. Da ist ein großer Baumstumpf. Hä? Was war das gerade für einen Megasprung? Ja, aber ich kann mich doch niemals so schwingen, dass ich auf den Pilz komme. Ich kann doch keine Super-Loopings machen und dreifache Loopings und sowas alles. Oder? Nein. ...